In der heutigen News-Folge geht es um. FIA startet Ausschreibung für einheitliche Benzindurchflussmesser, Testfahrten live auf Sky UK, Sky Italia und F1 TV, Hasslackierung für 2020 veröffentlicht. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Da Ferrari 2019 Gerüchten zufolge einen möglichen Motorentrick angewandt hat, hat die FIA die Ausschreibung von einheitlichen Benzindurchflusssystemen eröffnet und bereits Mitte April soll ein Gewinner bekannt gegeben werden. Das Reglement für 2021, welches im Oktober 2019 vorgestellt wurde, beinhaltete, dass ein Einheitsbauteil kommen soll. Dieses soll sowohl die Kosten senken, als auch eine bessere Überwachung ermöglichen. Bis zum Freitag des Australien Grand Prix, also der 13. März 2020, können sich die Hersteller bewerben. Der Vertrag mit dem Ausrüster läuft dabei über drei Jahre, mit Optionen auf zwei weitere Jahre. Voraussetzungen der Sensoren sind eine garantierte Laufzeit von 100 Stunden und einen Preis von nicht mehr als 5000 Pfund, also 5900 Euro. Nicht mehr als 500 Pfund an Servicekosten sollen 100 extra Stunden kosten und generell sollte die Lebenserwartung der Sensoren nicht weniger als 400 Stunden betragen. 400 Gramm soll das maximale Gewicht betragen. Bis zum 1. Mai soll geklärt werden, wie viele Sensoren die Teams für nächstes Jahr benötigen und bis zum 1. Juli werden pro Team zwei Sensoren übergeben. Im Artikel 5113 des sportlichen Reglements ist der Einsatz des Benzindurchflussmessers geregelt. Zitat Die Testlinie für 2020 wurde der Einsatz eines zweiten Messsensors zur Pflicht. Es wurde auch geregelt, wie viele Sensoren die Teams pro Saison an Grand Prix-Wochenenden benutzen dürfen, abgesehen von einem Einsatz in Testfahrten und auf dem Prüfstand. Acht für den ersten Messsensor, vier für den zweiten Messsensor. Die Testfahrten wurden 2019 live übertragen und 2020 ist es genauso. Die sechs Testtage werden auf F1 TV Pro, Sky UK und Sky Italia übertragen. Dieses Jahr gibt es mehrere zusätzliche Programme wie Pressekonferenzen in der Mittagspause mit den Fahrern und Vertretern der Fahrer, Talkshows und einem vollständigen Live-Timing. Haas hat am Donnerstag als SSTM völlig überraschend seine Lackierung bzw. CAD-Renderings für den neuen VF20 gezeigt. Der eigentliche Bolide wird am 19. Februar in Spanien kurz vor den Testfahrten vorgestellt. Der erste offizielle Bolide, der für 2020 vorgestellt wird, ist der neue Ferrari am Dienstag. Kommen wir zu Mikes Meinung. Dass die Kosten in der Formel 1 gesenkt werden sollen, weiß ja sicherlich jeder von euch. Und ich finde, dass das Benzindurchflusssystem der erste Schritt ist. Damit soll festgestellt werden, dass in Zukunft niemand mit dem Benzindurchfluss bescheißt. Die Livestreams werde ich mir auf jeden Fall ansehen und bedenkt, liebe Leute. Auf Sky Deutschland wird es nicht übertragen. Ihr müsst euch F1-TV für 7,99 Euro im Monat holen oder für 64,99 Euro pro Jahr. Die Hasslackierung finde ich echt cool. Ich wurde in meinen Livestreams, was das angeht, ungefähr 23 Mal gefragt. Aber jetzt wisst ihr es. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Bostel Borwig. Er schreibt, wieso nicht direkt nach dem Ungarn-Gumpri? Dann wäre es nur ein Back-to-Back-Rennen und die Sommerpause wäre nicht so lang. An sich wäre das eine nette Idee, aber diese wurde bereits von den Teams abgelehnt, denn sie sehen nicht ein, dass die Sommerpause um eine Woche gekürzt wird. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass der große Preis von China zu 95% 2020 nicht stattfindet. Da hilft es auch nicht, wenn man Deutschland mit China tauscht, denn A, der Kalender ist fest und kann nicht mehr verändert werden. Und B, Hockenheim hat keinen Hauptsponsor, der mal eben bereit ist, eine zweistellige Millionensumme hinzublättern. Viele hatten Deutschland statt China in die Kommentare geschrieben und von daher wisst ihr jetzt Bescheid. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.